So willkommen zurück zu Vampir. Erpressung in Whitechapel. Begib dich nach Whitechapel. So, dann müssen wir doch da. Es ist zu. Sehr schön. Wahrscheinlich müssen wir mal auf der Karte gucken, wie wir da hinkommen. Für unser Land, für unsere, für, okay, von 1918. So, wir schauen mal auf der Karte. So, da sind wir. Ah, warte mal da. Gibt's dann bestimmt auch ein Weken? Nein, da war's ja mit dir los, Alter. Der ist ja auch in der Geschichte, da, ey. So, wie fährt deine Münzen? Dann werden wir uns da mal hinbegeben. So, welche Stufe hat er? Ja, sieben. Ach, da sind zwei, okay. Na, komm her. Ich hab schon wieder Stufe acht. Ich bin Stufe zehn. Das ist dann kein Problem. So, danke schön. Danke schön. Ein paar Münzen ist immer wichtig. Krankenschwestern werden jetzt gebraucht. Das haben wir ja schon mal gelesen. Okay, hier ist schon mal zu. Hier haben wir noch mal ein Plakat. Schließen sich die Truppen an. Den kennen wir ja auch schon irgendwo her. Oh, hier ist wieder ein bisschen Action. Leute, immer schön entspannt zu leben, ne? Immer cool, ey. So, ein bisschen Müllkram. Ein paar Münzen. So, noch eine Mülltonne. Kiste, Kiste. Nehmen wir alle mit. Dann werden wir uns mal da hoch schwingen. Na, er hat's mir doch gerade angezeigt. Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Na, warum zeigt der mir das jetzt hier nicht an? Hm, komisch, ey. Normalerweise müssten wir da lang. Aber er zeigt mir den Sprung nicht an, ey. Hm. Das ist natürlich nicht so gut, ey. Weil kommen wir hier auch nirgendswo hoch dann, wahr? Ne. Shit, ey. Ah. Ich hoffe, das ist kein Spielfehler. Weil ich glaube nicht, dass wir da auch noch irgendwie anders hinkommen. Weil der ist ja genau auf der anderen Seite, wahr? Naja, shit, ey. Ah, von der... Oh, Stufe 13, ey. Es ist ein Leech! Geh' auf! Müssen wir mal schauen, wie weitet ihr da am besten gleich machen. Ja! 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 Na, komm her jetzt hier. Du bist auch dran, ne? Auch wenn du Stufe... ...13 müsst. Wir können zwar mal hier hinlaufen, aber ich denke mal, das wird ohne Sprung, weil da werden wir nicht hinkommen, ne? Ach Gott, ey, so eine Scheiße. Ach Gott, ey, so eine Scheiße. Jetzt müssten wir die Ladesequenz nochmal neu laden. Ne, zeigt der mir nicht an. Das ist natürlich beschissen, ey. Hm. Dann gehen wir einfach nochmal komplett zurück. Werden auf jeden Fall nochmal die nächste Nacht abwarten. Mal gucken, ob er jetzt hier überhaupt noch anzeigt, ey. Ja, da zeigt er das an, ey. Ja, komisch. Hm. Weil hier ist ja zu... Wir machen das einfach mal. Vielleicht hat er sich ja da, bis er ihn wieder eingekriegt, oder wir müssen doch einen alternativen Weg suchen. Müssen wir mal schauen. Wichtige Ereignisse im Bezirk in jeder Nacht beeinflussen deine Taten und deren Konsequenzen den Gesundheitszustand der Bezirke. Ja, das weiß ich ja. Achso, ich warte jetzt mit dem Auffüllen, okay. Weil ich komme da auch nicht anders hin. Was ist das hier? Quarantäne. Betreten die diesen Bereich nicht? Im Auftrag des Gesundheitsministeriums Gesundheitsbeauftragter. Okay. So, dann müssen wir die hier nochmal alle tönen. Na, komm schon hier. So, ey, Koffe, er zeigt mir das jetzt da irgendwie an, ey. Naja, komm her hier. So. Ja, dann weiß ich's auch nicht, ey. Wie wir da hinkommen. Hm. Warte mal. Achso, da komm ich auch nicht hin, war. Ach, scheiße. Das ist natürlich schlecht, ey. Wie komme ich jetzt da hin? Wie komme ich jetzt da hin? Oder bin ich hier komplett falsch? Äh. 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 ich, ey. Weil hier komm ich ja hoch. Aber dann geht's ja auch ein wenig mehr weiter. Weil da auch wieder zu ist, ey. Hm, da check ich nicht, ey. Hm, da müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden, ey. Wir gehen erstmal nochmal hier komplett rüber, so. Es muss ja irgendwie... Irgendwie eine Alternative kann ja nicht sein. Oh, komm, da geht's. Ach Gott ey, die Stufe 13 sind schon echt Hammer. So, und wenn wir jetzt... Ah, dann ruf ich ja da lang. Ah, ist das ein Scheißdreck ey, oh Gott. Weil hier ist ja auch zu. Ist alles zu ey, alles verrammelt ey. Ah, das ist immer... Der versteht dann immer nicht ey. Ich komm da irgendwie nicht hin ey, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann ey. Ey, was ein Scheiß ey. Ey, ich muss auch da irgendwo hinkommen ey. Das verstehe ich nicht. Ey, ich hab auch keinen Bock immer ständig hier hin... Hin und her zu rennen ey. Und der Fall zeigt mir ja wahrscheinlich auch nicht immer richtig an ey. Na, super. Und das ist mal wieder der Klassiker ey. Na, da komm ich nicht hoch ey. Ich komme nirgendswohin ey. Na, geil ey. Na, geil ey. Super. Da renne ich wieder zurück. Und da komm ich nicht lang. Oh Mann ey. Okay. Na, was einfallen lassen ey. Weil zurück komme ich ja auch irgendwie nicht, oder was? Ne. Ich kann doch hier nicht so einen riesen Umweg latschen. Das ist so ein Unding. Oh Mann, das ist so ein Unding. los too. Ah, komm. Nee, da wird's auf keinen Fall lang gehen ey. Weil das ist ja eine komplette Sackgasse. Da komme ich ja nicht drauf. Ach, du Scheiße, ey. So, hier komme ich nicht runter. Äh, ich weiß nicht, ey. So ein Umweg, ey. Ja, komm her, ja. Oh, meine Ausdauer ist mal wieder geschickt. Ah, komm her hier. Oh, meine Ausdauer, ey. Oh Gott, ey. Ja, ja, du bist ja ziemlich auffällig, ey. So, da ist auch zu, super. Super. Auch zu. Alles ist zu und ich komme nirgendswohin. Oh, der Klassiker, ey. Ey, 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 was ist das für den Arsch, Alter, ey? Äh, da tut ich immer weiter entfernen, ey. Holy shit, ey, was ein Bullshit, ey. Da kommst du nicht rüber, da kommst du auch nicht rüber. Ja, warum auch nicht, ey. Ja, dann weiß ich's auch nicht, ey. Ey, ich hab keine Ahnung, ey. Wie wir da hinkommen, ey. Wie wir da hinkommen, ey. So, und warum kommen wir gestern nicht mehr rüber, ey? Ach, Mann, ey. Was ist das hier, ein Unterschlupf? Den Brief lese ich auf jeden Fall später. Mann, warum ist denn da immer noch dieser Scheißpunkt? Ja, weiß ich nicht, ey. Äh, hm. Meine, überall keck mich rüberbeamen, ey. Aber da funktioniert's nicht, ey. Ist ja nur der eine Weg da lang, ey. Versteh ich nicht. Das wird, denke ich, war ein Spielfehler sein. Was, angeln kann ich ja nicht sein. Da brauch ich nicht probieren. Oh, langsam kommt mir komplett verarscht vor, ey. Ey, ich weiß nicht, ey. Ja, würd ich sagen, machen wir hier erstmal Stopp. Und machen wir auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Also, haut da rein. Bis dann. Und haben wir. Und wenn Dinge aboie.